Willkommen zurück hier auf Tandoria. Im letzten Video von Manyanka hat man ja hier von Partydown schon einiges gesehen, nur die fertige Taverne, die nicht. Das war eine ganz schöne Herausforderung. Vor allem die Asymmetrie in den Dächern, die war eine Katastrophe, das so auszukleiden, dass es auch wirklich was gleichschaut und sich dementsprechend dann auch zu überlegen, wie gestalte ich das weiter. Eingerichtet ist sie eigentlich noch nicht und es steht aber schon ein Schild hier. Leos Taverne. Das Essen ist braun heiß und was drin ist, geht keinem was ab. Essen auf eigene Gefahr, wohl bekommst. Na lecker schmecker. Das sagte schon mal über die Küche einiges aus, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Das sind zwar schon die Öfen hier, aber Jam Jam kochen geht noch gar nicht. Es gibt noch keine Insel, es gibt noch keine Anrichtungsmöglichkeiten, es gibt noch keine Bedienungen. Und was diese Bedienungen, Klöcke etc. anbelangt. Schaut mal mit. Es gibt die Möglichkeit hier Puppen zu gestalten. Ich werde hier auch einen Verkaufsstand machen. Und zwar wird hier Klotzbert der Klotzer seine Klötze verkaufen. Und bei Manyanka im Haus sieht man schon einiges davon. Ich arbeite ja unheimlich gern mit Geschichten. Wer zum Beispiel der Minecraft Tail von mir gesehen hat, wo eine Schmiede gebaut wird, wo ein Sägewerk gebaut wird, etc. Er lebt eine Geschichte. Und diese Geschichte will ich hier in Form von Puppen erzählen. Er hat auch hier mich, ich zeige es euch noch mal, mit dem Hühnerkopf, schon mal dargestellt, wie ich sein Tagebuch suche. Und der sagt, du weißt schon, dass ich da bin. Dann geht es hier in der Küche weiter. Hier sitzen wir alle am Tisch. Sie präsentieren meine Axt. Ja, ich habe jetzt auch eine. Axti sagt, jay, noch mehr Holz. Und Manyanka sagt, ist notiert. Da kocht schon einer. Und das zieht sich durch sein ganzes Haus. Und ja, ich werde auch so kleine Geschichten in der Taverne erzählen können. Da gibt es natürlich genug Platz, um so etwas zu bewerkstelligen. Dann hat hier Axti seinen Job aufgebaut. Einen Latins. Also alles, was man irgendwie kriegen kann, kriegt man hier. Ich glaube, das Schaf hier gehört hier nicht hin. Bist du ein Schäbschaf? Ne, das ist nur vom Licht zu. Und er hat auch hier das Rathaus gebaut. Er hat meinen Kopf in den Farben der Flagge nochmal wieder gespiegelt. Eingerichtet ist es bei ihm auch noch nicht. Also die Bauten hier, ja, die sind wirklich schon mega. Das ist fernab jedes Starterhäuschens. Und jeden Tutorial, das ich mache. Ich wollte auch mal mit der Taverne hier ein Tutorial machen. Ja, aber ich habe mir da gedacht, ich lasse es bleiben, weil so Riesenbauten, das kommt einfach sehr schlecht an. Wird schlecht geklickt. Ich habe es bei meiner Burg gesehen, da ist viel, viel Liebe reingelaufen, die Stück für Stück zu zeigen, wie man die baut. Und die Klicks, ja, sind weit unterhalb von 100. Ja, hier ist der Küchenbereich. Hier geht es raus auf die Balkone. Das ist alles Mitarbeiterbereich, also den Mitarbeitern hier geht es gut. Hier auf dem Balkon werde ich mir natürlich auch noch einiges einfallen lassen müssen. Man sieht, ein bisschen dekoriert und kaschiert sind die Dächer ja schon. Da geht aber noch mehr, ja. Ich habe heute den ganzen Tag hier gearbeitet und mir viele Details einfallen lassen, die ich hier einbauen will. Hier gibt es auch so eine Jägersgilde, die haben schon ein bisschen was gejagt. Zwei Füchse, das Mannische Teufel, Manjankas. Sind sehr fromme Brüder. Und hier ist ein wirklich schöner Kamin. Also ist ohne der Taverne gehörten Kamin, ja, das ist ganz klar. So, hier werden wir jetzt noch ein paar Hocker hinbauen. Den Zaun müsste ich ja da haben. Wo habe ich den Zaun jetzt? Da. Wir brauchen auch noch die und die Schilder. Wer mein Küchenvideo gesehen hat, der weiß, wie die gehen. Ich kann sie leider nicht hier komplett dran machen, wegen der, wegen der, Dingens hier, der Front von Dresen. Der muss auch noch ein bisschen umgestaltet werden und neu gestaltet werden. Dann legen wir hier drauf, Druckplatten. So, jetzt habe ich die schon mal woanders hingelegt, als ich sie haben will. So, so, so. Und hinten dran die Schilder. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr zweit unten oder was, dann kleben sie an dem Zaun dran. Sieht dann auch eher bescheiden aus. Für die Barhocker, äh, für die Barsteher und Trinker sind schon mal Hocker hier. Hier möchte ich dann so eine kleine, gemütliche Ecke reinmachen für die, für die Stammtischsitzer. Hier kommt dann noch so, so eine kleine Ecke für die, für die Jägerschaft hier. Und hier entlang dann auch noch ein paar, so, so kleine Tische, wo die Leute eben essen, trinken, übergeben, was weiß ich, können. So, dann haben wir hier, das muss ich jetzt anders machen, als geplant. Ich will hier nämlich eine Schwingtür haben. Die Schwingtür wollte ich eigentlich mit, äh, Zauntorn machen, habe mir aber dann gedacht, das sieht vielleicht ein bisschen blöde aus. Und, ich brauche, ich habe alles, was ich brauche. In der Küche soll man von hier aus ein bisschen reinsehen können, ja. Das heißt, wir machen hier eine Schwingtür. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin, wie ich es will. So, und dichter dran. Ich glaube, das wird eh schon wieder nicht das, was ich will. Nee. Das ist absolut nicht das, was ich will, aber ich habe eine andere Idee. Wir machen hier eine durchreiche. Das heißt, du kommst da wieder runter. Wir bauen euch hier rein. Und schon so. Schon haben wir eine durchreiche. Die ist sehr fein. So, weiter geht es im Text. Hier gibt es ja natürlich auch Zimmer, die man anmieten kann. Eines ist hier. Das ist für die etwas, und das steht noch grüßt. Für die etwas reicheren Besucher hier. Hier ist auch noch eins. Auch für die etwas reicheren. Und hier unten, wo ich derweil verweile, kommen dann ein paar Beten mehr rein. Hier können alle schlafen, die irgendwie zu besoffen sind, um nochmal zu gehen oder sonst irgendwas. Oder einfach ein bisschen ärmlicher sind. Aber da oben kommen die Luxuszimmer rein. So. Natürlich braucht das Ganze hier ein bisschen Deko. Das wird schon wieder dunkel. Wir sind hier irgendwie die Tage zu kurz. Hier sind wir am Server. Nee, ich bin derzeit alleine. Aber ich brauche Erde. Wir müssen krummensetzen. Wir haben mich heute auch schon ein unsichtbarer Nekroman besacken wollte. Aber auch bei einem Unsichtbarkeitszauber hat man Partikel. Und diese Partikel habe ich natürlich gesehen. Und habe ihn verhauen. So. Die setzen wir schön hier rein. Und vorne dran. Nur vorne dran. Ja, an den Seiten geht es nicht wegen der hinteren. Falte, damit ich es rausbringe auch noch. Kleiner lag im Kopf. So. Ich gehe schnell mal in Heidi Wagen. Da seht ihr nicht, der schneiden wir. So, guten Morgen. Und weiter geht es im Text. Hier, das sieht natürlich auch noch alles nackig aus. Der Eingang muss ein bisschen bomböser werden. Und vor allem muss hier eine kleine Abtrennung sein, damit du aber wirklich nur entweder hier oder hier reinkommen kannst. Ich habe nur noch einen Stein. Nee, oder? Ich habe drei Steine. Uh, ich bin recht. Ich komme gleich wieder. Wir brauchen Steine. Das ist die Mitbehutsamkeit. Damit mache ich genau die falschen Steine. Gibt gleich da hinten einen Berg. Da holen wir uns einfach ein paar Steine. Hui. Hui. Im nächsten Video, wo wir uns sehen, gibt es dann wahrscheinlich auch schon einen Cobblestone-Generator. Den werde ich im Keller von der Taverne reinbauen. Auch eine Fischfarm. Und da kommt dann mein Lager. Ja, endlich. Ich weiß nicht, wie lange ich auf Tandori jetzt schon spiele, aber Lager hatte ich noch keins. Deswegen sieht es in meinen Kisten auch so aus. Oh. Mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen. So. Jetzt haben wir auch Gestein. Genau das, was wir brauchen. Zuerst brauchen wir die hier. Damit wir hier diesen Trainer bauen. Und hier will ich noch mit Rufstein mit Treppen hochgehen. Ich brauche ich jetzt nicht unbedingt. Äh. Hallo? Du wohnst da aber nicht. Und Küchenhübel bist du auch keine. So. Wie ihr seht, ich habe drinnen auch noch mit der Beleuchtung Probleme. Ich habe noch Mopsbohnen. Ganz schön sogar. Und ich will mir hier noch zwei kleine Skulpturen bauen. Ich weiß nur noch nicht, welche. Die Drachen sind zu groß. Und außerdem stehen sie schon bei meiner Burg. Da will ich sie nicht hier auch nochmal haben. Ich denke, ich kann man lassen. Soll man das hier vielleicht auch noch? Ne. Hier lassen wir es. Und hier so an die Seite werde ich meinen Stand bauen. Denke mal, der passt da ganz gut hin. Und da muss ich mich dann auch langsam mal mit diesen Puppen auseinandersetzen, wenn man die am besten macht. Das wird mir aber mal Nianca wahrscheinlich ganz gut erklären können. Der macht ja hunderttausende von denen. Ich weiß, dass es Rüstungsständer sind. So viel weiß ich, ja. Aber wie man die bewegt oder sonst. Ich habe sie im Video heute gesehen von ihm. Aber wie genau das funktioniert, weiß ich noch nicht. Aber werde ich auch hinterkommen. Damit ich meine Geschichten hier erzählen kann. So. Ich würde mal sagen, das war es von der heutigen Folge. Ist ein bisschen kürzer als sonst. Aber wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt gerne Kommentare, Likes hinterlassen. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal. Ist da unten ein Männchen. Könnt ihr draufklicken. Party werden. Ihr könnt auch auf meinen Discord kommen. Wir sind nette Leute. Wir passen nicht. Zumindest nicht gleich. Und ja. Ich sage dann schon wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.